Musik Findest du die Leute in dieser Stadt nicht auch unglaublich offen? Ja, hier grüßen einen alle auf der Straße. Stimmt. Anders als in Insomnia, was? Da grüßen die Menschen nicht mal den Prinzen. Musik 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 Wie wär's mit ner Pause? Musik Es ist mitten am Tag. Bin trotzdem müde. Musik Musik Die Stadt gefällt mir echt total gut. Musik Iris Musik 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 Na dann mal weiter. Prompto, lass uns gehen. Schon unterwegs. Bei Erdbeben kriegst du also Kopfschmerzen. Ja. Eine Art seismischer Schock für den Körper. Seltsam. Tut das weh. Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Nachher eine kleine Pause? Du sagst es. Das ist nicht normal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Was? Wer soll die denn bitte kaufen? Es gibt bestimmt jemanden, der daran interessiert ist. Also, ich finde sie alle wunderbar. Erinnerungen für später. Jetzt mal im Ernst. Das ist zu raskant. Also, lassen wir's? Nee, schon okay. Los geht's. Jetzt mal im Ernst. Ich hasse dich! Ja! Ja! Ich erledige das alleine. Du kannst hierbleiben. Von wegen. Ich lass nicht zu, dass du hier alleine ne Schau abziehst. Autsch, Mist! Dann lass aber mal krachen. Mein Auftritt! Nix da! Danke! Hey, alles okay? Nein, komm doch! Sauber, Glavio! Hier bin ich! Das war's. Keine Gnade! Schluss jetzt! Hier! Was ist denn? Dich? Dich! Sind Schalltiere nicht deine Stärke? Hast du ein bisschen lächerl in den Schmacken? Denkst du, wir sind etwa am Verkaufeln? Schluss mit lustig! Das bisher legt dich in Fahrt! Kinderlein! Das geht so weit! Das geht so weit! Fuck! Lott, ich steck dir den Wind. Ich verlass mich drauf. Lott, ich steck dir den Wind. 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 Vermutlich nicht. Jetzt sind sie ja eingefroren. Das liefern wir uns heute. Aber man muss leider beziehungsweise nicht auftauchen. Und angreifen? Hilfst du! Du bist ja richtig in Fahrt! Schon wenn ich halt... Und hier bist du! Machst du überhaupt auch? Sehen ja... Aber hallo! Ganz schön rutschig. Und das bei meinen glatten Sohn. Hilfst du! Machst deinen Augen. Was er abfährt! Na ja, klar. Verfluchte sicher! Ja! Ja. Äliant, hinterleist. Zeit, Gute Nacht zu sagen. Ja. Was für eine Hund. Fälte! Brennt voll auf der Haut! Echt fies! Ich will hier raus. Hoffentlich wird mir's schnell. Such lieber, statt zu reden. Nicht schon wieder! Ich sagte mir, ich werde mal gehören. Nur, wo ist er? Spannend! Was? Gerh! Geh! Wer hat eine Spannung? Geh'Its! Geh! Geh! Das war's für heute. 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 Genau so. Das war's für heute. Das war's für heute. Hey, pass auf, wo du hintrittst. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. Was? 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 Das war's für heute. Was? Was? Das war's für heute. war's für heute. Was? Was? Ja? Ja? Was? war's für heute. 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 Oh, war's für heute. 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 Ja? Es war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist... Ich bin total verschwitzt. Ziemlich cool. Ich weiß. Gladio sieht echt immer cool aus. Dort wimmelte es nur so vor Feinden. Ich bin total sicher. Neuer Tag, neues Glück. Ja! Auf geht's. Schmeckt dieser Ebony-Kaffee wirklich so gut? Wie oft soll ich's denn noch sagen, ja? Wie oft soll ich's denn noch sagen? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Willkommen zurück! Dein heißer Tipp war Gold wert! War die Geschichte etwa wahr? Ach was bin ich stolz auf dich, mein Junge! Die beiden erinnern mich an dich und König Regis. War ich wirklich mal so klein? Vielen Dank, Target! Ach, nicht doch! Ach was bin ich stolz auf dich, mein Junge! Die beiden erinnern mich an dich und König Regis. War ich wirklich mal so klein? Schon wieder! Alles in Ordnung? Was ist los? Mach dir keine Sorgen, Iris. Vom Panoramapark aus sieht man doch den Meteor, oder? Ja, gibt's sogar ein Teleskop. Lasst uns hingehen. Ja, wenn die Kopfschmerzen etwas mit der Cortez-Platte zu tun haben, müssen wir uns dort umsehen. Ja, ich bin so klein. Untertitelung des ZDF, 2020